Hallo und willkommen zurück zu Universe at War. Karmal Rex setzt seine grausame Herrschaft fort. Ordox planen, den Tyrannen der Erien zu stürzen, wohl zerschlagen und mit ihm die Hoffnung auf Frieden. Cessus, der Prinz der Masari, wurde von Karmal gefangen genommen. Der junge Herrscher ist zwar ungestöhnt und impulsiv, doch hat er einen starken Geist und wird im Leben nicht aufgeben. Er allein kann den Fängen der Hierarchie entkommen und seine Leute vor dem grausamen Schicksal, das der Erde bevorsteht, warnen. Die Masari besitzen zwei Verfahrensweisen, der helle Modus sorgt für zusätzliche Leistungen in der Offensive, wie zum Beispiel Angriffsleistung. Mit den dunklen Modus erhält man Unterstützung in der Defensive, wie zum Beispiel Rüstung. Durch Umschalten zwischen den Modus werden alle Einheiten gebrägt, gleichzeitig in den neuen Modus gesetzt. Ah ja, interessant. Ich will sein, dass ich ein Gott sein soll. Es gibt keine Geist, die Universität nichts verhindert. Von den, die deutlich sehen, die Kraft kommt von der Gedanken. Oh, ich habe ein sehr vieles Gedanken, die ich gerne sehen, würde ich sehen, werden die Realität. Your mind is full of shadows, thoughts must balance both sides, darkness and light. Then teach me what I will use the purifier to destroy this world. Never! Destruction cannot bring illumination. Then the death of this world will be on your conscience. Commander Nufai, activate the purifier. Much pleasure it will bring. And so another glorious apocalypse begins. Joa, sieht schlecht aus, ne? Princesses, I evaded capture and found the terminal to deactivate your barrier. There is another one nearby, but it is guarded. We must escape this place and warn the others. The purifier has begun its destruction. Yes, my lord. The other terminal is just over there, near those guards. I am. I am. My powers are out of balance. You are still strong without them, my lord. I pray you are right. yourfred información is fixed! You have no limits. Thy prisoners are free! Let's join them in the fights! Did you have that? Oh. Dann wächst du da mal zur dunklen Seite. Ist das die dunkle Seite? Ja, ich glaube schon. Dann bauen sie so eine Art Schild auf. Das ist ja praktisch. So, da wirst du alle schon Schaden genommen haben. Oh, naja. Alles im grünen Bereich. Was ist denn hier noch? Ja, dann mach auf. Wir haben keine Limiten. Wer soll mich schaden? Lass mich passen. Was ist das hier? Irgendwann können erobern. Okay. Forschungsbaum. Hm. Das kostet 100. Wir haben sogar Kohle. Alle Gebäude im Hellmodus leiten automatisch Strom ab und regenerieren überschüssige, helle Materie. Ja, ja, ja. Bringt uns nicht. Wir werden Seher. Wir haben keinen Seher. Aktiviert die Windschussfähigkeiten. Das Himmelswachposten. Wir haben auch keine Himmelswachposten. Gebäude haben wir auch nicht. Lichtweite für Gebäude. Die Wache scheint nun nicht mehr auf feindlichen Radarschen. So. Können wir uns auch sparen, ne? Ja. Hier ist ein Gebäude. Hier ist ein Gebäude. Hier ist ein Gebäude. Hier ist ein Gebäude. Hierarchie hat mehr von unseren Menschen in Nordwesten als Slaven für ihre Arke. Wir sind Gäste. No Masari wird niemals diese Fäule-Dewillen. Wir müssen unsere Kraft hervorrunde, bevor wir sie engagieren. Architekt, biebe ein Matter-Engine, um die Gewicht zu holen. Ja, mein Herr. Ja, kriegt er noch kaputt. Komm mal ein, zumindest. Sehr gut. Ja, ja. Was macht das hier? Die Materie-Maschine sortiert uns damit in der... Das wird doch mal lesen. Kannst du mal kurz reißen. Jede Materie-Maschine kann 240 Energieeinheiten aufnehmen. Wenn man diese Gebäude in Architekten sozusagen weiß, wird das Einkommen erhöht. Aha. Ja, Architekten sind die Konstruktionseinheiten. Das ist okay. Ist das jetzt der Delle? Praktische Kommandozentrale. Okay. Das hier. Und Praktische können wir in Architekten bauen. Infanterie-Fertigung. Jünger können wir bauen. Das ist gut. Und hier haben wir Eroberer. Was macht das Orakel? Radar. Okay. Und dann bauen wir mal eine Reihe Jünger. Ich bin der Architekt. Oh, ich habe irgendwas gebaut. Materie-Sieb. Die Mehrung mehr Energie in kürzerer Zeit sammeln. Jedes Materie-Sieb hat für maximal 360 Energieeinheiten Platz. Okay. Bewegungskammer. Feindliche Positionierung in einem großen Umkreis. Aha. Oh, so viel Neues gerade. Das Ding ist heiler. Machina Materie-Maschinen. Und noch ein Orakel. Alles klar. Gut. Ihr repariert. Reparieren ist super. Lohnt sich das doch jetzt auch wirklich? Wir bleiben... Aha. Feuer frei. Es muss getan werden. Es geht um mich. Du direkt mich. Bei mir Leben oder Todes servee ich. Ich bin der Architekt. Eine Struktur, die krummelt. Ich lege um zu servem. Du hast die Gehäuse von mir? Ich bin ein Zwei-Sieb. Ich bin ein Zwei-Sieb. Das Ding ist heiler. Komm, die bauen wir nochmal in Architekten. Ich bin der Architekt. Musik Wobei's reparieren macht aber wenig Sinn, oder? Wie ringest du mir. materiemaschinen inbauen und dann können wir doch hier forschen betreiben levität im umgang die dauer der materie stunden ja super was bringt uns nix die rüstung wird aber hier die rüstung repariert sie selber es wäre ja hier wird ihnen gewesen okay bring more forces to bear i want disciples and conquerors und we have strength on our side we'll strike at the enemy objective completed i have been waiting so ich doch mal hier was reparieren obwohl wenn du da unterstützt dann kommen die fiecher schneller raus ich mache mir nicht schaden Nee, hat er nicht geschafft. Alle. An den hier. Oh, das gibt Verluste, aber egal, wir können hier oberer bauen. Robotens Wissen? Keine Ahnung. Brauchen wir auch nochmal. Boah, halten die vier aus. Oh. Die blöden Hubschrauber. Flugzeug greifen, Mann. It must be done. By my life or death, my sir. Was knallt hinweg? I trust your decision. The prison compound cannot be accessed by vehicle. We'll need to enter on foot. After your call. Give me something to think about. Ich kann helfen. Okay, soweit so gut. Hier noch Materie siebran. My word is my bomb. Was ist das hier? Himmelswachposten. Ah, Luftverteidigung. Jawohl. And you shall have it. Da kann einer hin. Speak your mind. Was bringt das hier? Flugmarkina. Oh, brauchen wir auch nicht. I am a disciple of Altea. What would you ask of me? Who threatens Atlatia? Direkt me. Tell me your plan. So. Ihr geht mal gucken. I am always prepared. Let's ride. This has to be done. That's my jurisdiction. Death follows me. And I am always prepared. Naja. Keine Zeit, Trapcoids. Sie müssen hier Picher püren. I am a disciple of Altea. That's my jurisdiction. Death follows me. Oh, ein Fußdruck. Kommt dann her. I am always prepared. Hier ist doch bestimmt irgendwas, oder? Let's ride. This has to be done. That's my jurisdiction. Death follows me. Ach so, er gibt noch. Entschuldigung, hab ich ja gesehen. Oh, hier ist nix. Let's ride. Na gut, kannst du... Orakel... Wachposten bauen? Und hier das Ding sollte fertig sein, ne? Mhm. Braucht noch ein paar Himmelsstämmer. Heißt das nicht so? Inquisitor. Oh, Entschuldigung. Energieschirm, Optimierung für... Man kann hier alles aufrüsten. Das ist ziemlich cool. Dann Einheiten. Ja, so langsam habe ich genug. Meine Worte sind meine Verbindungen. Das muss zu Ende sein. Die Luftverteidigung ist zu stark. Oh, der hat ganz schön rein. Der lässt sich töten, okay. Oh, was passiert hier? Weiß man nicht. Was das hier sein soll? Keine Ahnung. Okay, gut. Ich würde sagen, wir haben was. Können wir mal ein bisschen angreifen können. Was ist das hier? Verkaufen. Ah, ja. Wir haben hier noch... Everything begins with choice. Konstrukteure über. And you shall have it. Give me something to think about. And you shall have it. I await your command. I will be honored. None shall stop us. I am the architect. Nein, den hier. Oh, das kann ich auch nur aufwerten. Oh, je. Ah, machen wir jetzt aber nicht. Oh, das ist schlecht. Tell me your plan. Let's ride. Speak your mind. This could be dangerous. I have been waiting for you. And you shall have it. So, ihr macht das schon, ne? Hier haben wir jetzt drei. Ihr könnt hier ein bisschen erkunden. Wie hier kommt er nicht hoch. Inquisitor hier. Eine Struktur ist verletzt. I dictapel. You have my word. An upgrade complete. I offer refuge for the humble. Ja, das Ding ist fertig. Das kann man gleich aufwerten. Ich grow impatient. Ich bin hier für Gott und all. Ihr könnt fliegen. Sieht man nicht. Sie sind aus dem Boden. Eine Struktur ist verletzt. Wir müssen acten. Wir können nicht aufhören. Ähm, wo muss ich hin? Hier komme ich nicht lang. Da ist er eingebrocken. Eine Struktur ist verletzt. Seine Schmerzen sind unsere Gegend. Ich erlöse das, Mann. Ich habe viel mehr als das. Oh. Ein Lied ist verletzt. Wir werden die Beine weg. Kann man das bringen? Wie viele? Hier, mach das da weg. Oh, geht aus dem Weg. Oh, sie wollen. Oh, sie wollen. Ja, ja. Natürlich latscht er bei uns rüber an. Das ist mir so unmünstig. Wurscht man mir hat, dass ich nicht so gut gestreite. So, den weg. Und tschüss. Oh, das sind ganz schön viele. Na, das geht noch nie auf den Keks hier, Alter. Na, oh nun, Mensch. Oh, das wird immer schlimmer. Lass mich in Ruhe. Ja, aber die fliegen ja durch, von daher ist mir das egal. Wieso kommt ihr da nicht rein? Kommst du da rein? Ja, du kommst da rein, okay. Dann kommt ihr da rein. Ah, er kommt auch rein, okay. Dann habe ich genau so, was wir mit können. Los, rein da. So, so viel könnte noch nicht mehr sein, oder? Da unten ist mir egal. Wir haben ja keine Flieger dabei. Und hier sind nur drei, okay. Oh, wir waren doch eh drauf, oder? Dann schicken wir mich einfach durch. Aha. Oh, der kommt auch durch. Nee, der kommt nicht durch. Wir haben keine Flieger dabei. Wir haben keine Flieger dabei. Wir werden mich überraschieren. Wir werden mich überraschieren. Eine Struktur ist brengend. Wer? Nein, schicken Sie das. Was ist das? Was heißt wir führen? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das hier, warum wird der Wachpost nicht fertig gebraucht? Ja gut, die sind egal. Hier könnte er auch mal wieder runterfahren. Das ist ja lächerlich. Hier schießt ihr schon mal die Arme ab. Hier schießt auf die anderen Arme. Ich bin der Architekt. Sprich deine Meinung. Ich bin nicht unter Kontrollen. Ich habe wartet hier. Hast du das? Vielleicht. Du gehst auf ihn hier. Ich bin hier. Das muss ich fertig sein. Ich setze mich zurück in den Spiel. Ich bin ein Grupp von einem und einem. Konflikt errichtet. Meine Worte ist meine Worte. Wer schützt ihn? Ich bin hier in dir. Jetzt ist ja ein Reparaturmodul... Ich kann das nicht stecken. Konflikt errichtet. Und dann Feuer frei, ihr schafft das schon. Ja, auf zu nerven. Ist er safe? General Bauer. Oh hell, vergiss es. Du bist der Gott, leid den Weg. Die Königin ist gekommen. Charis, was haben Sie von meinem Sohn? Die Hierarchie hat ihn getötetet, meine Königin. Er hat versucht, eine Krieg zu erstellen. Er sollte wissen, dass Frieden nicht für unseren Krieg existieren. Sie haben uns zerstört unsere Stadt. Ich bin Angst, dass die Schmerzen wird. Wir haben den Purifier gesehen, meine Königin. Die Hierarchie hat es aktiviert. Die Krieg hat zu schnell gekommen. Die Erde noch nicht bereit ist, um seine Ziel zu erreichen. Aber meine Königin, die Menschen haben sich entwickelt, seit wir erst einmal gekommen sind. Haben sie genug entwickelt? Oder werden sie den gleichen Schmerzen wie die Hierarchie? Wenn wir nicht intervenieren, werden wir nie wissen. Alles unsere Arbeit wird verloren. Intruders getötetet, secure die Königin. Wir kommen in peace. Ihr Krieg ist der Krieg von Novus, und wir werden helfen. Dann hören Sie mich, Masari. Und hören Sie mich, Masari. Der Krieg für die Erde ist auf uns. Der Krieg der Krieg ist auf uns. Und wir werden ihn beantworten. Für die Balance von allen. Für die Zukunft des Kosmos. Krieg muss durch die Krieg kommen. Charis. Aktiviert die globale Schmerzen. Wacke dieses Schmerzen aus der Karte. Ja, meine Königin. Die Gewalt eines Gottes wird erledigt. Klingt gut. Schau mal, wie gut das läuft. Wir verletzen diese Wunsch. Wir verletzen diese Wunsch. Die Signatur des Purifers. Zeit ist der Essens, Karos. Jeder Moment, was wir uns zuerst, ist ein Moment, die Erde zufangen. Ja, meine Königin. Unsere Objekt ist die Location des Purifers, hier. Aber um es zu erreichen, werden wir ein großes Arschlag in unserem Weg. Geh schnell mit deinen Präparations. Seid diese Territory. Und habt eure Architekten zu Beginn der Konstruktion. Assemble ein Armee. Die Hierarchie wird lange erinnern. Weiß man nicht. Egal. Nun denn, das ist was, was wir in der nächsten Folge wirklich ausgeschöpfen werden. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.